Herzlich willkommen hier zurück bei den Bibern, meine lieben Freunde. Wir sind jetzt hier gerade eben dabei, trotz natürlich all der Dinge, die ihr immer wieder ansprecht, wo ich teilweise euch auch zustimmen würde, dabei ist hier drüben unsere Industrie auszubauen. Wo stimme ich euch zu? Ich brauche natürlich seit Ewigkeiten mehr Energiestellen. Entschuldigung, ich bin leider gerade eben etwas krank. Aber ich habe auch vor, noch mehr Orte zu schaffen, wo es Energie gibt. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel ein bisschen was gemacht. Ich will eigentlich auch hier noch was in der Richtung machen. Das Problem ist bloß, ich scheue mich einfach immer ein bisschen davor. Das ist so eine Macke von mir, zu schnell bei solchen Sachen irgendwie in Aktion zu treten. Wobei hier eigentlich auch ein super duper Ort ist, um das jetzt zu machen. Dann könnten die ja zum Beispiel in diese Richtung rüber gehen. Auf der anderen Seite haben wir hier aber auch schon einige sehr, sehr gute Orte, wo sie sich jetzt hier schon mal mit Energie versorgen können. Aber es wäre natürlich besser, wenn wir hier noch irgendwas in der Art und Weise vorweisen könnten. Aber wie gesagt, es ist für mich immer ein bisschen schwierig, solche Änderungen vorzunehmen. Die in dem Moment für mich nicht unbedingt so viel mehr Gewinn versprechen. Warum gehst du jetzt eigentlich da rüber und gehst nicht da rein? Das soll mal einer verstehen. Also er will unbedingt dahin, geht aber... Achso, warte mal. Seid ihr nicht... Doch, die sind doch betrieben. Das hatte ich doch extra geguckt. Hä? Okay, man muss es hoffentlich nicht verstehen, warum er sich jetzt da entschieden hat. Also ihr seht, die treffen auch hochgradig interessante Entscheidungen. Also die gehen auch nicht mal unbedingt in den ersten rein, der geht, sondern die gehen in irgendeinen rein, der geht. Bleibt dabei. Muss man nicht verstehen. Nach wie vor warten wir jetzt also darauf, dass das jetzt hier endlich gebaut wird. Und dann können wir hier weitermachen. Oh Gott, was wollte ich denn hier ein? Genau, ich wollte mehr Eisen machen können. Ich erinnere mich, ich wollte mehr Stahl schmelzen können. Das war der Plan. Und deswegen warte ich hier auch gerade eben noch darauf, dass der Kollege jetzt hier endlich fertig gebaut wird. Weil Eisen machen wir inzwischen ja schon jetzt hier in einer größeren Maße. Ähm... Ja, und viel schneller wird das hier wahrscheinlich auch kaum gehen. Aber sie machen es wirklich ordentlich. Ihr seht, also es ist schon sehr viel Altmetall hier drin. Es scheint jetzt momentan eher langsam aber sicher die Herausforderung zu werden, dieses Altmetall hier weg zu transportieren. Tendenziell brauche ich also mehr Träger. Aber das wissen wir ja sowieso. Und, äh, natürlich habe ich auch eure Hinweise ansonsten gelesen gehabt, ne. Äh, also zum Beispiel den Hinweis, wo es darum ging, dass halt, äh, die Verschmutzung durch das gestiegene Wasser von dem Block zu dem Block und so weiter und so hochgegangen ist und dadurch sich hier noch mehr auswirkt. Das, äh, war eine interessante, äh, Erkenntnis. Weil das, es ist für mich immer wieder schwierig, äh, zwischen den Zeilen zu lesen, was ihr eigentlich genau in dieser Folge meint. Weil ich diese Folge dann meistens vor einem Monat aufgenommen habe. Und ihr dann, also manche von euch machen natürlich Timestamps. Aber, das sind dann meistens die, die dann sagen quasi, bau doch da exakt dieses und jenes ran. Aber viele von euch sagen quasi, das liegt, äh, an dem und dem. Und ich weiß dann nicht mal in welcher Minute der gesamten Folge ihr das eigentlich meint, weil ich das vor über einem Monat aufgenommen habe. Also, bitte entschuldigt, dass ich das einfach in diesen Momenten nicht nachvollziehen kann. So, okay. Aber unabhängig davon, sag mal, wie lange braucht ihr eigentlich jetzt hier noch dafür? Ihr scheint nicht willig zu sein, das hier zu machen. Das, das Rundholz haben wir ja eigentlich. Im ausreichenden Maße. Warum ist denn die Musik so leise? Ich bin, was ist denn da passiert? Moment. Die Musik so, hä? Hä? Ich habe nichts umgestellt, möchte ich mal nur sagen. Ich habe absolut nichts umgestellt. Komisch. Ich hoffe, jetzt hören wir sie wieder. Ja, hier bewegt sich gerade eben immer noch nichts. Ähm. Jetzt. Okay, wir hören wieder was. Wo arbeiten die denn alle gerade? Was baue ich denn gerade eben? Ich wundere mich gerade eben, was ich gerade eben vermeintlich baue. Hier brauchen wir auch noch Energie. Das müsste doch irgendwie machbar sein. Vor allem hier. Ganz im Ernst. Ich glaube, wir brauchen einfach zwei solche Energie Speicher hier. Also ich will, warte mal. Ich mache euch mal hier komplett weg. Und sage, dass ihr jetzt hier auch zum Abriss markiert werden könnt. Und dann werden wir hier die Energie irgendwie von da rein übertragen. und dann hier das Ding hier da einen Energiespeicher hinmachen, da einen Energiespeicher hinmachen. Oder nee, ich habe eine bessere Idee. Wir machen hier einen hin und da einen hin. Und dann machen wir hier noch einen Weg hin. Das sieht dann besser aus. Rein optisch. Warum geht da keiner hin und macht das? Warum macht das keiner? Das hier ist pausiert. Ich bin gerade wirklich super duper irritiert. Warum macht das keiner meiner Arbeiter hier? Meiner Robo-Arbeiter. Ah, jetzt ist der Deich endlich fertig gebaut. Ey, das hat jetzt aber gerade echt lästig lange gedauert. Okay, jetzt können wir nochmal hergehen und dann schon mal jetzt hier einen wichtigen Energieübertragungsschritt für die Zukunft jetzt hier noch holen. ne, das werden wir brauchen für zukünftige Pläne. Und dann können wir jetzt hier endlich nochmal ein weiteres Stahlwerk machen. Denn wenn wir das jetzt hier alles ausbauen wollen, brauchen wir so viel mehr Stahl. Ey, wir brauchen so viel mehr Stahl, dass es nicht mehr lustig ist. Wir werden aber auch demnächst hier noch mehr Träger an den Start bringen, damit das Eisen, das Roheisen, was wir haben, Entschuldigung, ein Ort und Stelle kommen kann, nämlich hier in der Gegend. Das wird auf jeden Fall auch ein Plan sein. Hey, es fehlt ein Rohholz. Ach, der kommt jetzt wieder von der Seite. Ich verstehe immer noch nicht, warum die diesen Weg außenrum nehmen. Statt diesen Weg hier zu nehmen. Kuriositätenkabinett, ich sag's euch. Okay, also das hier haben wir uns hier immerhin schon mal geschafft. Sei es drum. Also wir machen jetzt eine weitere Schmelze. Diese Schmelze wird natürlich auch von Bots betrieben und bekommt eine maximale Priorität. Wie sieht's hier mit den... Das sind auch die normalen hier. Schlepperposten. Ja, wir haben schon einige. Aber ich glaube, wir werden noch mehr brauchen. Wir haben 559 Bretter. Das heißt also, wenn ich jetzt hier noch mehr Schlepperposten hier hinbaue, dann geht das. Sogar relativ ohne Probleme. Ja, das ist das Minimum, was wir hier brauchen. Ja, why not? So, baut jetzt erstmal das jetzt hier hin. Ihr bekommt auch schon mal jetzt hier dann die Straße hier hin. Ich bin sogar drauf und dran zu sagen, lasst uns hier dann hier die Straße nochmal zusammenführen. Und dann baut ihr jetzt hier auch so nach und nach die Schlepperposten. Aber das ist noch nicht so hundertprozentig wichtig. Erstmal ist es wichtig, dass ich jetzt hier noch mehr Stahl produzieren kann. Es fehlt hauptsächlich Altmetall jetzt noch. Der Rest war schon da. Zahnräder, Bretter, alles da. Okay. Und ich wäre ein Fan davon, wenn wir jetzt immer mehr Roboter bekämen. Ich meine, ich habe ja schon jetzt hier vier Roboterfabriken. Denen fehlen allerdings, wie gesagt, die erforderlichen Teile. Wir sehen vor allem Roboterköpfe. Und das fehlt ihnen hauptsächlich. Also hier fehlen ihnen Bretter. Hier Metallblöcke, Robotergehäuse. Gehen hier raus. Bretter, Zahnräder. Also auf jeden Fall ist meine Rohstoffzufuhr jetzt glaube ich wieder der limitierende Faktor. Ah, ihr seht, jetzt läuft der Laden jetzt hier schon. Sehr gut. Dann bringt ihm jetzt hier mal mehr Material. Also der soll jetzt hier auch priorisiert werden. Im Grunde definiere ich jetzt eigentlich alles, was Stahl macht. Genau, soll hier priorisiert werden. Das ist hier auch schon der Fall. Ich gucke mal gerade eben. Der hier macht auch Stahl. Ich muss mal gerade eben bei den Priorisierungen gucken. Das hier ist jetzt keine Priorisierung mehr. Genau, das ist nicht mehr unbedingt notwendig. Holz und Bretter. Bretter habe ich genug. Wir müssen da nicht noch mehr in dieser Richtung tun. Dagegen brauche ich definitiv mehr Zahnräder. Zahnräder müssen auf jeden Fall priorisiert werden. So, das ist gut. Entschuldigung. Es tut mir wirklich sehr leid, Leute. Wir werden damit leben müssen. Weil ich habe es einfach, sonst gibt es einfach keine Folgen. Wenn ich jetzt warten müsste, bis ich gesund werde mit meiner Grippe. Also ich habe wirklich eine Grippe. sitze hier mit 38,5 Grad Fieber. Das ist kein Witz. Und wer mich kennt, weiß, dass das nichts Ungewöhnliches ist. Aber naja, es macht mir Spaß. Es lenkt mich ab. Also wundert euch nicht, macht euch nicht, macht euch keine allzu großen Sorgen. Wenn ich nicht mehr kann, höre ich vorher auf. Es ist also alles gut. So, wir brauchen übrigens auch noch weitere Funktürme. Mehr Funktürme braucht das Biberland. Wahrscheinlich würde es am sinnvollsten sein, genau hier einen hinzumachen. Man sieht das jetzt natürlich nicht. Das ist total doof. Aber warte mal, ich kann ihn noch ins Wasser reinmachen. Theoretisch könnte man ihn ins Wasser reinmachen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn jetzt hier hinmachen kann. Okay, dann machen wir das Ding hier doch einfach jetzt mal weg. Dann mache ich den da hin. Und dann, wenn der gebaut ist, dann mache ich dann hier in dieser Richtung noch weiter. Der Weile überprüfen wir nochmal hier den Wasserstand. Der ist jetzt hier bei 30 Zentimeter. Der könnte höher sein. Wir schalten also dich hier wieder ein. Dann haben wir jetzt hier das hier abgerissen. Genau, jetzt machen wir hier ganz kurz das hier weg. Das muss jetzt schnell gehen. Maximale Priorität. Ich setze jetzt hier schon mal dann einen Pfad hin. Ich setze dann schon mal ähm wo war's denn? Wo war's denn? Bei Energie. Oder? War das bei Energie? Nein, 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 nein. Das war bei Wissenschaft, oder? Genau, Ladestation. Ey, ich erkenne das Ding einfach. Also wir planen jetzt hier schon eine Ladestation. Es ist ja schön, dass du das Holz hier wegträgst, aber du hättest auch einfach schon mal jetzt hier direkt liefern können. Ja, ihr seht, es wäre schon sinnvoll, wenn wir auch hier nochmal ein paar Ladestationen hätten. Ihr hattet ja absolut recht, die ganze Zeit schon. aber ich habe halt andere Prioritäten gesetzt und beziehungsweise muss ich halt auch zum ersten Mal lernen damit umzugehen, wie dramatisch das Ganze jetzt hier halt auch ist. Ah, aber guck mal, okay, der Witz ist, die Energie kommt von beiden Seiten, deswegen ist das relativ egal. So, also der hier läuft und lebt. Jetzt machen wir die zweite Ladestation auch dahin. Und jetzt haben wir auch hier dann zwei weitere Ladestationen. Ähm, die Frage ist, ob ich, wo ich die Energie sonst noch herzauberge. Also wir haben jetzt hier eine, wir haben jetzt hier eine. Hier wäre halt auch noch irgendwie sinnvoll. Irgendwie sinnvoll. Ich meine, ich könnte theoretisch die Energie, das hat auch jemand von euch geschrieben, von hier oben, glaube ich, rüber und oder runter übertragen und hier oben etwas in der Art und Weise machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber lasst mich jetzt erstmal genau hier den äh, anderen Plan jetzt hier in die Tat umsetzen. So, warte mal, wie viele Felder war das nochmal? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also in dieser Reihe muss es hin. Irgendwo hier in dieser Reihe. Dann würde es am allermeisten Sinn machen, wenn wir das Ding hier hin machen. Es tut mir wirklich leid. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also dahin. Die beiden werden jetzt ja auch noch rausgelöst. Und mache ich jetzt eigentlich endlich mehr Stahl? Ich habe das Gefühl, dass er sich immer noch so ein bisschen in die Waage hält. Also der hat auf jeden Fall Rohholz und er hat auf jeden Fall Altmetall. Er macht sein Ding. Das ist das Wichtige. Unsere Energie ist wahrlich ausreichend. Und ich will jetzt kurz mal beobachten, wie sich jetzt hier unser Altmetall im Verbrauch verhält. Bevor ich jetzt hier noch mal ein drittes Teil jetzt hier hinsetze, ne? Warum hast du nur eine Produktivität von 55 Prozent? Was zum Geil? Ach, warte mal. Der... Kontrollturm. Schmierfett. Hä, warum hast du denn nur eine so geringe Produktivität? Der Zeit, die für die Produktion aufgewendet wird, im Gegensatz zum Ausfallzeiten wie Transport von Materialien. Okay, jetzt geht's nach oben. Das ist wahrscheinlich jetzt hier der Anfangswert gewesen, ne? Ja, die haben immerhin jetzt hier schon mal 84 Prozent und hier 70 Prozent. Ja, es ist halt schon scheiße weit weg, ne? Was soll man da sagen? Das dauert. Das ist echt weit weg. Okay, der Turm steht jetzt hier. Jetzt können wir die nächsten Türme machen. Einmal und zweimal. Und dann müssen wir auch mit der Zeit anfangen, noch mehr von unseren Bibern zu machen. Ich meine, die Nahrungsmittelversorgung ist weitgehend gut. Bis auf die Beeren. Da hatten wir einen kleinen Einbruch. Der sollte allerdings jetzt hier in naher Zukunft nicht mehr von Relevanz sein. Hier ist schon ganz schön Wasser verbraucht worden, ich sag's euch. Okay. Ja, wir verbrauchen halt jetzt hier für diese Konstruktion halt eine Menge Stahl. Aber sie sind jetzt schon da. Okay. Das sieht doch auch vielversprechend aus. Also, du gehst, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah, perfekt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also, ab hier muss so etwas in dieser Art und Weise beginnen. Äh, welche waren das? Ich glaube, diese Eiche hier war's, ne? Äh, warte mal. Ich hab's mal wieder völlig verkackt. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nee, hier muss es hin. Der muss irgendwie hier hin. Dann kommt der da hin. Sogar ziemlich safe kommt der da hin. Und dann muss der selbige irgendwie dann hier auch noch auf... Nee, hier sieht's wieder anders aus. Stimmt, die sind hier ja versetzt zueinander. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Was für ein lustiger Zufall. Äh, man kann das theoretisch hierhin noch machen. Ja, komm, dann überlappen sie sich halt an ein, zwei beistellen, was soll's. Also, wir gucken jetzt erstmal, dass die Bots, die wir haben, jetzt hier wenigstens nochmal diesen Schub durch die Funktürme bekommen. Und dann müssen wir halt hoffen, dass dann auch unsere hergestellte Forschung irgendwann mal halt auch ausreicht dafür. Im Zweifelsfall müssen wir das beobachten, dann wieder komplett neu ausrechnen, wie viel wir jetzt gerade eben generieren beziehungsweise verbrauchen. es scheint einen Stillstand gegeben zu haben. Hier tut sich irgendwie nichts. Das kann ich mir beinahe gar nicht vorstellen, dass das korrekt ist. Ey, guck mal, die sind schon fertig. Geil. Also gut, jetzt haben wir hier auch selbiges müssen wir dann natürlich auch noch hier machen. Wir brauchen jetzt hier diesen Lückenfüller hier so dazwischen. Ich weiß, dass ich die Dinger auch im Wasser bauen kann. Also, hier ist er hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also hier muss das Ding irgendwie hin. Irgendwie genau hier. Da würde er am meisten helfen. Er hat trotzdem eine Lücke gelassen. Oh, das ist doof. Na gut, dann müssen wir jetzt halt mit einer Lücke leben. Oder aber wir füllen diese Lücke, indem wir hier nochmal, ach nee, hier komme ich nicht ran. Da komme ich nicht ran. Nein, nein, aber ich kann hier rankommen. Es deckt immerhin nochmal ein bisschen mehr ab. Und hier kann ich auch nochmal einsetzen. Ja, komm, ich mache lieber ein bisschen mehr als ein bisschen weniger. Baut diese Dinger, baut sie. Und dann ist auch noch der Plan, irgendwann mal mehr als genug Schmierfett zu haben, weil das haben wir nämlich, glaube ich, immer noch nicht. Ne, Schmierfett ist immer noch ein ganz gewaltiges Lol. Problem. Wir haben bis jetzt, glaube ich, erst eine einzige Schmierfettfabrik. Die braucht halt Extrakt, wie ihr sehen könnt, und Rapsöl. Ich bräuchte also nochmal eine weitere. Dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, wohin die Reise geht. Okay, wir haben jetzt schon einiges in Brettern verbraucht. Aber das macht nichts. Wir werden also auch hier dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Hier kommt dann diese Schmierfettfabrik drauf. Ladestation, Roboterfabrik, Roboterteile, Zahlenjongleur, Schmierfettfabrik. Genau. Nochmal eine weitere Schmierfettfabrik. Wir haben aber auch zu wenig Rapsöl. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob das daran liegt. Es liegt nicht daran, dass ich zu wenig Raps habe. Das ist Kiefernharz, Sojabohnen, Rapsamen. Ich habe genügend Rapsamen. Ich muss die Rapsamen eigentlich nur zu Rapsöl pressen. War das hier mit dabei? Ölpresse. Genau. Diese Ölpresse verbraucht auch ein bisschen Energie. Das heißt also, wir müssen sie irgendwie hier mit reinschustern. Ähm. Ja, die brauchen alle hier irgendwie Energie, ne? Wisst ihr was? Der hier soll noch nicht gebaut werden. Wisst ihr was? Das ist sogar totaler Quatsch, was ich hier gerade eben mache. Das hier kommt weg. Also das hier dürfen sie bauen, aber das andere nicht. Moment, Moment, Moment. Wir machen das dann doch eher so. Wir finden da schon einen Weg, das sinnvoll hinzubekommen. So, holt euch mal hier eure Energie. Genau, sehr schön. Schön auftanken, Freunde. so wird das was. So, jetzt haben wir diese ganzen Funktürme hier. Der Wahnsinn. Nur hier fehlt noch ein bisschen was. Im Großen und Ganzen. Das da hinten, ja, hier wäre es, ich weiß jetzt nicht, ob es hier sinnvoll wäre, auch sowas zu machen. Aber wahrscheinlich schon. wahrscheinlich wäre es sinnvoll. Aber das ist momentan noch eher zweitrangig. So, ihr seht, wir haben jetzt hier eine sehr, sehr gute Abdeckung. Ja, hier auf diesen Wegen muss ich dann halt nochmal schauen. Hier ist auf jeden Fall eine, wo ständig gearbeitet wird. Ich meine, es würde durchaus Sinn machen, ihnen auch hier auf diesen Wegen diesen Bonus zu geben. Aber der wird dann ein bisschen schwerer zu erreichen sein. Hier auf jeden Fall kommt auch nochmal jetzt einer hin. Und dann werden wir mal gucken. Ganz im Ernst, so blöd ist das gar nicht. Da noch eins hin. Auf der Höhe irgendwo. Ja, das wäre am aller sinnvollsten. Moment. Tut, 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 tut. Hier. Der muss weg. Das Bäumchen muss weg. Und dann erhöhen wir nochmal unsere Abdeckung. Ich scheine aber immer noch Plus an Forschung zu machen. Was mich positiv gestimmt zurücklässt. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Extrakt? Ich habe immer noch genügend Faulwasser. Ich habe genügend Extrakt. Das ist also alles gar kein Problem. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Also die Abdeckung wird immer geiler, immer besser, immer größer. Jetzt müssen sie halt noch die hier bauen. Ja, und es sind halt Metallblöcke. Jetzt halt hier wieder der limitierende Faktor. Der steht jetzt hier bei 79% Produktivität. Altmetall. Moment, ich schaue mal gerade eben. Nein, was mache ich denn da? Das Ding ist immer noch voll. Und der ist ja auch noch nahezu voll. Also daran liegt es nicht. Ich sollte vielleicht ein Altmetalllager noch hier irgendwo hin machen, um noch mehr Altmetall hierher zu bekommen. Ich habe eine lustige Idee. Warte mal, ich gucke mal erstmal, ob ich den Weg dahin hochbauen kann. Ah, shit. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Wie soll denn das gehen? Ich brauche noch eine Treppe da hoch. Es sei denn, ich gehe da entlang hoch. Ja, das dürfte gehen. Halt, ich wollte die Treppe hier haben. Genau, wir machen jetzt hier nochmal ein weiteres Altmetalllager. Das war, glaube ich, ein großer industrieller Stapel. Richtig. So. Und dann Entschuldigung, hier noch den Weg dahin. So, wunderbar. Dann ist der so einigermaßen jetzt hier in der Mitte und kann all diese Gebiete hier so halbwegs versorgen. Es ist nicht ideal. Ich gebe es zu. Weil es keine schnelle Verbindung gibt. Aber ich könnte eine schnelle Verbindung bauen, indem ich den Weg dann da rüber mache. Und dann hier irgendwie runter gehe. Moment, ich probiere das mal. Ja, ja, fast, ne? fast. Beinahe. Ja, ja, jetzt ist das hier angeblich zu weit weg, aber ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen. So, dann halten wir dich an eine bessere Idee. Du kommst hier nochmal weg. Du kannst da nochmal drüber. Leiter da drüber. Fahrt da hin. dann Fahrt, 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 So. Und so. Naja, oder auch nicht. Es ist ehrlich gesagt ziemlich doof. Das ist ein Mist. Ach ja, nochmal so. Und jetzt so. Und jetzt so. Ne, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Ich muss jetzt hier nochmal auf dieser Höhe bleiben. Um dann jetzt hier genau diesen Schritt einleiten zu können. Und jetzt ist es so, wie es gehen kann. Es ist zwar immer noch ein Umweg, aber es ist ein Weg, der schneller ist als jetzt hier. Na, ihr seht, die kommen hier nicht durch. Als hier komplett außenrum. Es ist immerhin nochmal ein weiterer alternativer Weg. So, haben wir jetzt die anderen Dinger noch gebaut. Es sieht hier sehr, sehr gut aus. Ja, 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 ja. Hier fehlen sie immer noch. Mir fehlt immer noch der Stahl, ne. Ein Metallblock ist hier. Und jetzt ist der hier fertig. Okay, der hier ist jetzt fertig. Das ist gut. Also wir sehen jetzt schon, ne, dass wir noch so viel mehr Metall brauchen. So viel mehr. So, Gebäude von Schleppern priorisieren. Das ist jetzt hier auf jeden Fall der Plan. Das Ding hier soll gefüllt werden. Dann geht es schneller. Ja, ich weiß, dass dieses Gebäude arbeitet. Oder bin nur die, wisst ihr was? Ich schalte das jetzt hier mal gerade eben mal um. Das sind Dante, Bierentchen, Leo Juve, der Buddy, Christian Hau, Palladio, Markus, Warlord, James Noska, Stillerwolf und Steve Bebop. Meine Freiwilligen, die hier jetzt mit anpacken. So, nicht vergessen, wir wollten hier ja auch noch einen größeren Change machen. Aber jetzt bin ich halt immer noch erstmal dabei, jetzt hier diese große Fläche jetzt hier noch in Angriff zu nehmen. Geht das hier immer noch? Es steigt immer noch. Okay, alles ist toll. Alles ist super. Jetzt sind wir hier schon bei 83%. Ganz im Ernst, ich ahne, dass ich definitiv nochmal einen brauchen kann. Nochmal ein weiteres Stahlwerk wird jetzt hier von uns jetzt hier gesetzt. Das wird eine Nummer. Es ist halt ein verflucht weiter Weg, um das gesamte Metall hier rüber zu bringen. Es ist ein verflucht weiter Weg. Ich bin bloß am überlegen, es gab ja noch mehr von den Dingern. Hier war nochmal einer, aber das ist halt noch weiter weg. Das jetzt hier wieder anzuwerfen, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt als sinnvoll an. Und ich glaube, ansonsten war nichts mehr in der Nähe, oder? Ich glaube, es waren halt genau die zwei Dinger. Immer noch zwei Tage übrigens. Altmetall effizient. So viel Altmetall wie nur geht. Wir verbrauchen halt damit behandelte Bretter und nochmal Zahnräder. Die Zahnräder werden jetzt halt auch knapper, weil wir die Bretter verbraucht haben. Boah, wir haben schon wieder Engstellen. Wie ätzend. Okay, das hier, das liegt aber auch hauptsächlich daran, dass ihr seht, wofür wir die Bretter verbraucht haben. Es sind eine Menge Bretter gerade eben jetzt hier ins Land gegangen für diese Aktion. Also, wir brauchen wieder so eine Presse. Kein Gärbottich. Eine Ölpresse, genau. Wir brauchen eine Ölpresse. Diese Ölpresse mache ich jetzt mal dahin. Und dann machen wir direkt daneben eine Schmierfettfabrik. Entschuldigung. Und ich hoffe, dass es dadurch dann ein bisschen geiler wird. Gott, wie viele Schmierfettfabriken haben wir denn? Stimmt, ich habe ja drei Stück. Das war mir entgangen. Trotzdem, wir brauchen noch mehr. Und es ist keine dumme Idee. Halt, warte mal. Doch, es ist eine dumme Idee. Wir machen das alles nochmal neu. Alles. Neue Erkenntnis bedeutet, dass man auch mal umändern muss. Beziehungsweise neue alte Erkenntnis. Also einmal so. Und einmal so. Ist jetzt zwar nicht ideal, aber das machen wir jetzt auf jeden Fall nochmal. Zwei weitere Fettpressen. Damit hier dieses Schmierfett demnächst mal hier auch ankommt. Also do your thing, Team. Do your thing. Die soll natürlich auch rund um die Uhr hier werkeln. So, sie haben diesen Weg hier gemacht. Und ihr seht, der wird schon benutzt. Hey, und hier wird auch gefüllt. 87% Effizienz. 97%. Okay, wir scheinen jetzt hier die Metallblock-Effizienz zu steigern. Das ist genau das, was wir sehen wollten. Gut. Oh, und ich bin über die Zeit. Dann sage ich mal vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.